Künstler gehen auf Tournee, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident ebenfalls. Im Rahmen seiner Sommertour besuchte Erwin Sellering Ende Juli die Drescher Werkstätten in Schwerin. Er ließ sich durch Druckerei, Buchbinderei und Wäscherei führen. Die Drescher Werkstätten betreiben Einrichtungen und Dienste, deren Zweck es ist, Menschen mit Behinderung ein möglichst freies und würdevolles Leben in der sogenannten normalen Gesellschaft zu ermöglichen. Nach der Führung stellte unser Ministerpräsident sich in einer Diskussionsrunde zu aktuellen Fragen in der Behindertenpolitik.